hallo alle zusammen und zwar in diesem video wird es darum gehen dass wir das komplette essen was hier auch für karte verteilt ist finden werden und zwar worum geht es im handbuch die vier sorten figuren notizen gemälde essen wir werden das separat alles durchgehen also es wird vier videos geben figuren notizen gemälde und essen und hier geht es ums essen und wir sind schon am ersten standort und zwar anfang stadt und direkt hier müsst ihr hin und hier finden wir das erste an der stelle haben wir einen schönen saftigen hamburger also essen zu finden das ganze genau hier wie kommt ihr dahin hauptstadt und direkt hier ist das nächste essen befindet sich an der folgenden stelle genau hier nicht weit von dem anderen entfernt das ist die anfangsstadt und hier müsst ihr hin bis hier beim damm laufen über den dann und dann kommt ihr hin das nächste essen was wir haben befindet sich in der folgenden stelle und zwar wieder im tunnel ihr könnt hier ein schnell reisen dann in den tunnel einlaufen und einfach durchlaufen bis zu dieser abzweigungen da können wir nach da laufen und hier wenn wir nach hier laufen noch mal die map also anfang stadt hier hin porten und durch den tunnel bis hier hin und dann hier vorne rechts reingehen und hier befindet sich das nächste essen befindet sich an dieser station näher es ist die hauptstadt hier müssen wir hin und zwar zu finden hauptstadt hier müssen wir hin dann haben wir hier an der stelle noch mal ein essen und zwar zu finden hier müssen wir hin und hier müssen wir hin und hier müssen wir hin hier hin porten und am besten überlaufen ihr könnt wenn gemeldeten gemälde übrigens mit ihm auch wenn ich zwei mann gehen porten oder hinlaufen hier an der folgenden stelle noch mal ein essen und zwar ist statt die zu finden es hier ist die anfangsstadt und hier unten wir noch eine und genau hier wenn ihr eine schnellreise je nach steht ja eigentlich direkt davor das nächste ist auf der karte genau hier zweiter stadt erste stadt und genau hier müsste hin genau an den punkt und hier auf dem tisch und hier auf dem tisch das nächste essen befindet sich an der folgenden stelle und zwar genau hier nach der brücke oder vor der brücke kommt darauf an wie man es sieht anfang statt und die brücke ist gemeint dann darf man hier rüber und hier in dem auto wichtig was drin also ich würde es nicht essen das nächste essen befindet sich hier auf dem tisch und zwar an diesem schnellreise punkt hier sind wir zu finden das nächste anfangsstelle 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 und das ist das letzte essen gewesen um essen das letzte essen vom essen interessant die aussage richtig cool ja okay wenn wir das ganze geschäft haben haben wir folgendes hier haben wir insgesamt zwölf 15 essen aufgesammelt wenn wir alles haben alles klar das wäre es mit essen gewesen ich danke euch fürs zuschauen tschau bis zum nächsten mal